Wenn wir so viel Müll produzieren, dass wir dann, ja, weißt du, der sticken oder was? So, der ist ja nur zum, dann wackelt das so ein bisschen, aber. Dieser Querholz, der ist auch nicht schlecht, wenn er ein bisschen tiefer ist als die Schulter, weil das fühlt sich besser an, als wenn das hier von oben kämen kann. Ja, da bin ich mir nicht zu sicher, aber du, ich glaube sogar, es ist früher besser mit deinem Zimmer. Aha. Das ist schon viel gemacht hier. Okay. Das ist das jetzt hier noch nicht. Äh, Toni? Ja? Ich glaube, der ist zu kurz. Ich glaube, der ist falsch hoch. Wer? Der ist falsch hoch. Oh, falsch hoch. Nein. Wenn da die Mitte ist... Ja, geil! Ach so, das ist ein bisschen schwer, aber vielleicht kann man das auseinandernehmen. Ja, das ist ein bisschen schwer. Ja, das ist ein bisschen schwer. Das war's für heute. Das ist gut. 1. 2. 3. 3. 5. 5. 5. 6. 10. 10. 11. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir setzen gleich mal auf. Wir setzen gleich mal auf. Wir setzen gleich mal auf. Ich glaube, ich hätte das die ganze Zeit ohne den Knopf machen sollen. Wir setzen gleich mal auf. 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 Wir setzen 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 mal auf.